Das ist so cute. Schaut da, schaut. Meine Mama mit ihren Küken. Die Schaub und alle gucken. Ich geh noch ein bisschen näher ran. Ich bin vielleicht einen Meter weiter weg. Der Papa guckt da oben zu. Ja, alles gut. Guck, guck, guck. Alles gut. Ja, ich tu deinem Küken nichts. Ah, sie gehen nicht weiter. Dann lassen wir sie wieder weiterlaufen. Und alles passiert hier. Ja, übrigens, das könnte schon thailändische Massentierhaltung sein. Es sind drei Tiere auf einem Fleck. Der Dschungel. Hinten ein Hornvogel. Den ihr da habt. Und er... Was ist das? Seht ihr das da vorne? Ich zoome mal ran. Könnt ihr das erkennen? Das ist ein Hornvogel, wennst du siehst. Ein größerer Vogel, der da gerade badet. Ich laufe mal hin. Ich zoome mal wieder raus. Ich lasse jetzt das Video laufen. Das Moped steht da unten. Das will ich jetzt auch nicht holen. Aber er sieht aus wie ein größerer Vogel. Ja, der hat gerade einen Baden.